Gerne zeige ich dir wie du mit dem Radiergummi hier löschen kannst. Das heisst du wählst den Radiergummi an, da kannst du die grösse deines Radiergummis auswählen, von klein bis gross. Du kannst auch die Deckkraft auswählen. Ich nehme eine volle Deckkraft, ich möchte sie ja ganz ausputzen und dann in etwa. Dann gehe ich da hin bis ich löschen müsste, dann zum Ende drücke Shift und dann ist das ganze weg. Ich kann es aber auch einfach nur wischend machen, das heisst so, oder daneben wie anklicken, Shift und wieder klicken bis es weg sein soll. Dann kann ich diese Teile da weglöschen, da mache ich es anders. Das zeige ich im nächsten Film und zwar wie ich diesen Pinsel da nutze.